Einen wunderschönen. Heute haben wir mal ein paar Fragen, die ich beantworten möchte, die sowohl ich als auch ein paar andere Fotografen schon mal gefragt wurden. Damit das Ganze mal so ein bisschen abgearbeitet ist, habe ich mir die mal aufgeschrieben und möchte dir die gerne beantworten. Die erste Frage ist direkt eine, die wahrscheinlich viele gestellt bekommen, und zwar nach den Kosten. Sprich, was kostet eigentlich so ein Shooting? Das kann man natürlich pauschal jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist von Fotograf zu Fotograf anders. Liegt natürlich auch zum einen einmal an der Location, muss man die vielleicht mieten, kommen die Kosten noch mit dazu, die Erfahrung des Fotografen, all solche Sachen spielen da in die Kosten mit rein. Ein wichtiger Punkt der Kosten ist natürlich auch noch so ein bisschen die Bearbeitung. Klar, so eine Grundbearbeitung macht eigentlich jeder Fotograf, aber wenn da jetzt auch irgendwelche Effekte mit reingebracht werden sollen, dauert das natürlich ein bisschen länger. Dementsprechend, umso länger die Bearbeitung dauert, umso mehr da in den Bildern bearbeitet werden soll, umso mehr kostet das im Endeffekt auch. Die zweite Frage ist auch eine sehr beliebte Frage, und zwar, wann bekomme ich die Bilder eigentlich? Natürlich. Das ist natürlich auch so ein bisschen davon abhängig, wie ausgelastet der Fotograf ist, wie lange das Shooting gedauert hat, wie viele Bilder du bekommen sollst. Aber so pauschal kann man vielleicht so ungefähr paar Tage bis eine Woche ungefähr rechnen, bis man die Bilder vielleicht hat. Der nächste Punkt, also die dritte Frage, brauche ich eigentlich Modelerfahrung? Tatsächlich nicht. Viele Fotografen arbeiten natürlich auch mit Models, die jetzt noch nicht so die Erfahrung haben. Wichtig ist eigentlich nur, dass du dir selber so ein paar Gedanken machst, in welchen Posen du dich wohlfühlst. Dementsprechend wird das Shooting dann natürlich auch einfach ab. Also, nein, keine Modelerfahrung, notwendig. Nummer vier geht diesmal so ein bisschen auf die Location wieder. Und zwar ist die Frage, kennen Fotografen eigentlich für jedes Outfit irgendeine Location? Tatsächlich, für die meisten Outfits haben die Fotografen irgendeine Location schon im Kopf. Sprich, wenn du ein Outfit hast, schicke ihnen ein Bild davon. Und die meisten Fotografen wissen schon gerade, wenn es um die Heimat geht, wo man das am besten shooten kann. Viele Fotografen tauschen sich natürlich auch so ein bisschen untereinander aus. Sprich, wenn man jetzt in einer anderen Stadt ist, wo man Fotografen kennt, haben die vielleicht Kontakt. Und da kann man natürlich auch nochmal nach einer Location für ein Outfit nachfragen. Ja, schon die letzte Frage. Und zwar, werden eigentlich alle Bilder bearbeitet? Tatsächlich die meisten ja. Ich meine, klar, man sortiert natürlich so ein bisschen aus. Aber dann werden im Normalfall, sage ich mal, eigentlich alle Bilder einmal bearbeitet. So, zumindest so eine Grundbearbeitung, dass das Licht vernünftig passt. So, vielleicht ein paar kleine Rötungen an der Haut oder sowas vielleicht mal im Weck gemacht. Aber das ist eigentlich so eine Grundbearbeitung, die eigentlich bei jedem Bild gemacht wird, die der Kunde bekommt. Ich hoffe, ich konnte die Fragen für dich jetzt gut beantworten. Wenn du noch ein paar andere Fragen hast, vielleicht für Fotografen, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn du sowieso schon nach unten unterwegs bist, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren, um auch weiter auf dem Laufenden zu bleiben, um einen Blick hinter die Kamera zu kriegen, was alles zum Fotografen dazugehört. Würde mich freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.